Mein Berlin ist anders. Ich bin sehr gerne auf der Sonnenallee, da ich mich hier irgendwie zu Hause fühle, wegen der Geschmäcker, Gerüche und Gesichter hier. Als ich nach Deutschland ankam, habe ich Menschen gesehen, die Hummus mit dem Löffel gegessen haben. Und als ich das sah, es tat mir weh. Als ich ankam, haben mir viele Leute geholfen, aber es gab auch welche, die mit mir nicht sprechen wollten. Ich mag die deutsche Sprache, weil man unendlich lange Wörter bilden kann. Durch Quästet 1 kann ich den Leuten nahe bringen, was Flucht genau bedeutet und die Situation von tausend Menschen erzählen. Bis zum nächsten Mal.